Wie profitiert ihr als Produzenten von «Best of Swiss Gastro»? «Best of Swiss Gastro» vermarktert auch unsere ganze Kommunikation. Sie ist unsere Werbeagentur. Darum habe ich mit Andreas Krummes eine sehr lange, gute und intensive Verbindung, die uns überall in alle Gastrobetriebe hineinbringt. Und das führt zu Erfolg? Das führt zu Erfolg, definitiv. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.